Schönen guten Tag, da herzlich willkommen bei euer Paul. Da bin ich wieder und heute geht es mal eine Rinderbrühe. Etwas, was man eigentlich immer irgendwie gut gebrauchen kann, sich einfrieren kann, aufbewahren kann. Und es ist doch selbst gemacht einfach immer besser, als sich ein fertiges Glas zu kaufen, wo oft auch irgendwie zu viel Salz und Extrakte drin sind. Und hier geht's los. Ich nehme meine ganzen Knochen hier. Ich habe einen ganzen Haufen an Rinderknochen. Das sind alles so Rückenstückknochen, eine fette Beinscheibe. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich hatte. Das waren schon, weiß nicht, vielleicht schon zwei Kilo Knochen oder so. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Jedenfalls alles erstmal in Topf mit Wasser. Und dann mache ich hier die Vorbereitung weiter für die Brühe. Und zwar die Zwiebeln. Ich habe hier so kleine Zwiebeln aus dem Gart meiner Eltern. Danke, Mama. Das sind noch die restlichen kleinen Mini-Zwiebeln, die ich habe. Die schmore ich mir erstmal so ein bisschen an, dass die ein bisschen Farbe bekommen. Denn die Zwiebel färbt die Brühe dann. Und die ganze Schose koche ich auf. Ja, hier sieht man die Zwiebeln. So sollen die aussehen. Die sollen schon was schwarz sein. Also nicht richtig schwarz verbrannt, aber schon dunkelbraun-schwarz. So sieht es aus. Legt es euch beiseite, kann das Fett ein bisschen abtropfen. Und hier die ganzen Knochen, die werden aufgekocht. Hier sieht man den ganzen Schaum, der da rauskommt. Ich blanchiere das jetzt einmal vor. Ich habe es immer wieder mal ausprobiert. Jetzt mag ich das mal. Man sieht doch das ganze Schmodder, was da rauskommt. Also ich meine, wer will das essen, ne? Kann man sich jetzt zwar auf ein Butterbrot schmieren, aber schmeckt bestimmt nicht gut. Gut. Also weg damit. Das ist alles dann raus. Und um die Brühe möglichst klar zu bekommen, dass die schön eine klare Farbe hinterher hat, schön goldig ausschaut, blanchiere die Knochen einmal durch, um die ersten, ich weiß gar nicht, die Eiweiße rauszukriegen. Ja, jedenfalls alles abgießen, abschütteln, Topf ausspülen ein bisschen und dann mit 2, 4, 6, 8 Liter Wasser gieße ich jetzt auf. Also 8 Liter Wasser habe ich jetzt hier beim Topf drin. Ich glaube, das ist ein 11-Liter-Kochtopf. 10 oder, ne, 13 Liter, bin ich ganz sicher. Und ja, dann fühlt euch frei, immer ruhig was abzuschöpfen. Und dann kommt schon das Gemüse rein. Jetzt mache ich erstmal die ganzen großen Teile. Also die ganzen Möhren, Lauch, weil ich da so habe, Sellerie, klassische Mirpoix, Knoblauch und die Zwiebeln. Den Rest bewahre ich mir noch auf. Das Ganze wird jetzt nochmal langsam aufgekocht und dann entsteht wieder Schaum und Eiweiß, das abgeschöpft wird. Deswegen gebe ich die ganzen restlichen Sachen, die ich noch habe, Varolderbeeren, Pfefferkörner und sowas, komme ich gleich dazu, die gebe ich erst nachher rein, wenn der Schaum weg ist. Wie heißt der denn noch? Bouquet Garnier, glaube ich. So, da sieht man, ich habe jetzt immer wieder den Schaum entfernt, so gut es ging. Es gibt auch so kleine Sieben, mit denen man das rauskriegt. Ich mache es immer hier mit so einem Löffel oder mit so einer Kelle. Und du hast es dann hier beiseite. So, hier sieht man schon, wie die köchelt die Brühe. Schön langsam, vorsichtig köcheln, soll nicht zu krass köcheln. Es gibt auch manche Proven, die das mit dem Thermometer machen, immer schön bei 95 Grad halten, aber da macht er nichts falsch und im Endeffekt, man hat sowieso mal wieder einen Plattenwechsel oder Wasser geht raus und dann kocht das wieder mehr. Einfach nach Gedanken, nach Feel Free, aber nicht zu heiß kochen. So sieht es schon mal ganz gut aus. Man sieht schon, dass die Brühe jetzt schon eine gute Farbe hat. Ich glaube, das kocht jetzt zu diesem Zeitpunkt, köchelt das schon so eine Stunde ungefähr. Und jetzt gebe ich das Bouquet Garnier rein, genau. Also das sind jetzt Wacholderbeeren, Pfefferkörner, ein paar Lorbeerblätter, Petersilie gebe ich da mit rein. Alles, was ich jetzt noch so da hatte. Ich bin ja nur Leier, wie ich schon mal sagte. Also ob jetzt auch Petersilie, ich tue einfach alles da rein. Ja und so sieht es aus. Ich habe das Ganze jetzt doch echt über Nacht kochen lassen. Hat jetzt fast zwölf Stunden oder gute zwölf Stunden schon gekocht. Und hier sieht man, das hat eine schöne Farbe. Und ja, so halte ich das jetzt, die Brühe. Jetzt suche ich erstmal die ganzen groben Knochen alle da raus, damit ich das gleich schön schütten kann. Ja, ich nehme schon aus der Puste. So, hier sieht man, ich gebe das jetzt alles nochmal durch den Durchschlag. Alles da rein. Und ich habe jetzt Glück gehabt, hat genau gepasst. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass die Gefäße alle stimmen. Man weiß ja nicht, wie doll das einkocht. Kannst du dich immer wieder beim Messen. Aber ich habe jetzt Glück gehabt, das passt genau in meine Salatschüssel rein. Ja, ganze Gemüse und die Knochen. Also man könnte, glaube ich, jetzt noch eine leichte Brühe weiter rauskochen, aber habe ich noch nie gemacht. Ich schmeiße das dann weg natürlich. So, die ganze Brühe wieder in den Topf zurück. Und das Ganze wird jetzt nochmal durch ein Passiertuch geseit. Solche Tücher hier kann man in allmöglichen Geschäften kaufen oder online bestellen. Und da gibt es hier den klassischen Durchziehtrick. Die Flüssigkeit enthält natürlich so viel Fette und kleine mögliche Teile, Fleischanteile, Knochenteile, Gemüseteile, die jetzt alle da raus sollen. Und das sammelt sich natürlich dann hier im Tuch. Und dann zieht man das Tuch einfach ein bisschen weiter durch. Und die Brühe kann weiter passieren. So. Das ist schon fast der letzte Rest hier noch, die Fette drin. Das geht alles weg. Und da ist sie, die fertige Brühe. Ich habe die doch jetzt echt stark einkochen lassen. Also ich glaube, das sind jetzt vielleicht nur noch gute zwei Liter. Und ich habe ja mit acht Litern gestartet. Also wo sind die anderen sechs Liter hin? Die sind alle jetzt in Form von Luftfeuchtigkeit in meine Küche und Wohnzimmer übergegangen. Also haltet das. Am besten macht man sowas natürlich schön draußen, wenn man so eine Draußenküche hat. Außenküche hat. Aber ich koche es jetzt weiter ein. Also hier kurz nochmal. Ja, jetzt mache ich hier ein. Das koche ich jetzt zur Hälfte ein. Etwas Zeitlupe. Das koche ich jetzt nochmal. Also ich koche das ein. Ich reduziere es nochmal, um den Geschmack noch krasser zu kriegen. Und vor allen Dingen, um die ganzen Gelatine-Anteile nochmal zu verdichten. Denn mein Plan ist, die Brühe in Würfeln zu schneiden und wegzufrieren. Dass ich immer mal so einen Würfel habe. Und das mache ich jetzt. Ja, die Reduzierung messe ich jetzt hier mit dem Löffel. Jetzt sieht man so ungefähr. Ja, da ist der Übergang. Jetzt weiß ich, bis wohin die Brühe. Da mache ich jetzt eine Markierung dran. So, in Form von einer H-Klammer. Und jetzt kann ich gucken, da messe ich jetzt quasi, wann ich die Hälfte eingekocht habe. Kann ich jetzt immer wieder mal den Holzstab reinhalten und checken. So, ich hole mir in Luft. So, da ist schon wieder ein bisschen weggekocht. Ich habe ja mal ein Nasenproblem. Irgendwann mache ich mal ein Nasenspray, ein Nasenvideo. Tut nichts zur Sache. Entschuldige bitte meine Nebenkommentare, die nichts mit dem eigentlichen Rezept zu tun haben. So, ich koche jetzt hier ein. Also, was ich noch gerade sagen wollte mit dem Löffel. Man kann das jetzt so stark einkochen, bis sich ein Film am Löffel ergibt. Dann ist es wirklich fast so runtergekocht, dass fast kein Wasser mehr drin ist in der Flüssigkeit. Oder in dem Fond oder in der Gelatine. Aber das mache ich jetzt hier auch nicht. So, und jetzt einmal abgießen. Ich glaube, so Liter habe ich jetzt. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Hat auch mehr. Hier, 1, 2, 6. 1,5 Liter. Also, echt von 8 Liter Wasser habe ich jetzt noch 1,5 Liter übrig. Da ist natürlich jetzt Geschmack pur konzentriert da drin. Noch ohne Salz. Ist kein Salz drin. Damit ich das immer noch weiter, wenn ich eine Soße koche, weiter einreduzieren kann. Und das muss natürlich möglichst schnell abgekühlt werden. Das mache ich hier im Waschbecken. Dazu nehme ich einfach das Waschbeckgießleit auf. Das kann schnell abkühlen. Und dann gieße ich jetzt alles hier in eine Schüssel rein. Und das kommt dann so rüber nach dem Kühlschrank. Da bin ich mal gespannt, wie es am nächsten Tag aussieht. So, der nächste Tag. Die Dose ist kalt. Man kann es sehen. Und das geliert natürlich. Das ist jetzt so ein richtig schöner gelierter Schwabbelblock. So sieht es aus. Man kann natürlich die Brühe bevor wir im Einkochen schon verwenden. Man kann die Brühe 6, 7, 8 Stunden kochen, salzen und als Suppe so machen, als Suppe so nehmen. Aber ich wollte das, wie gesagt, so schön einreduzieren, dass ich mir das wegfrieren kann und immer bei Bedarf mal so einen Würfel hole. Ja, so. Jetzt wird das Ganze gestürzt. Das ist eine spannende Sache. Und. Habt ihr gesehen, ihr habt vorher mit dem Messer ein bisschen abgeschnitten, am Rand mal abgetastet. So sieht es jetzt aus. Das ist jetzt der fertige Block. Das ist jetzt meine Rinderkraftbrühe. Stark einreduziert. Und das kann man sich dann wunderbar hier in so kleine Würfel schneiden. So sieht es dann aus. Und ich sag mal, wenn man ein so ein Würfel oder zwei Würfel mit einem Liter Wasser vermischt, hat man wieder eine richtig schöne, kräftige Brühe. Wenn man jetzt doch wieder eine Suppe rausmachen möchte oder sich eine schöne Frittatensuppe macht. Pfannkuchen, Wasser, zwei Würfel, ein bisschen Petersilie. Ja, so wird das dann weggefroren. So sehen die alle eingepackt aus. Ja. Und das wird gut. Viel Spaß beim Nachmachen. Man kann sich dann immer so einen Würfel aus dem Eisfach holen, wenn man mal einen braucht. Für eine Suppe oder so. Oder für eine Brühe, haben wir eher gesagt. Oder für eine Soße. So friere ich mir das weg. Nehmt euch einfach ein oder zwei Würfel raus. Speist die gefroren in eine Pfanne. Und dann könnt ihr immer euch schnell eine leckere Soße machen. Wenn ihr euch ein Steak anbrät, anbrät, anbratet, mit Rotwein ablöschen, so einen Würfel da rein, mit Butter, ein bisschen nachwürzen oder ein bisschen Thümern einkochen, habt ihr ja immer eine schöne Soße. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß bei Energieverschwendung. Euer Paul. Also, viel Spaß bei Energieverschwendung. Viel Spaß bei Energieverschwendung. Viel Spaß bei Energieverschwendung. Viel Spaß bei Energieverschwendung.